hallo hier meine lieben alle willkommen zurück schön dass sie den weg wieder gefunden habe zu guni versus man heute mal ein knuffiges knuffspielchen nämlich tricky towers wie bauen heute brücken kuni kommt bist du da ich bin so bereit ja das sieht man auch hier bei deinem avatar der sieht aus als wäre ein genickt ja gut tricky towers worum geht es eigentlich ist so eine eigenart von tetris wenn ich das jetzt mal wir haben vorhin eine kleine proberunde gemacht ob die aufnahme funktioniert und wir hatten schon ordentlich gelächter dabei es ist nicht ganz tetris es geht mehr darum so schnell wie möglich ein turm zu bauen also so schnell wie möglich in die höhe und wenn du das dann aber zu schnell versuchst und das fundament nicht stimmt dann haut es dir alles wieder zusammen das haben wir vor allem bei kuniko gesehen nein ich habe gewonnen was redest du da mensch ich würde mal sagen ich würde mal sagen wir legen einfach mal los lassen dass die zuschauer mal gut achten und regeln kurz die regeln abstimmen nicht dass du danach wieder weinst wie machen wir das der best of free also wer zuerst zweimal gewonnen hat oder wer zuerst vom bereich also ich auch ich habe man kann sich eben auch gegenseitig dann so diesmal muss gut ich kann gewinnen ein bisschen ärgern kann man sich teilweise das ist ein bisschen lustig also ich bin der linke kunikon ist auf der rechtsseite bist du nervös kuni das letzte spiel habe ich so dämlich verloren keine königsdisziplin so knapp verloren das war echt das war echt der oberhammer das war so fies was sind das für eine komische linie da kann ich da irgendwelche ich hau dir jetzt mal etwas rüber was ist denn jetzt los was machst du denn was ist denn und dann fällt das einfach runter was ist denn ja ich meine jetzt ist mein spiel eigentlich schon wieder was ist denn jetzt los wieso bist du so schnell ja weil mein spiel ist im arsch wieso denn ja weil ich jetzt nichts mehr hinbauen kann wieso denn ja weil du mir das nicht schon wieder was muss ich denn jetzt das zerstören oder ob ich hab's wieder gerichtet wie geil ist denn das jetzt na und dann versau ich es wieder aber eigentlich also jetzt mal im ernst ich muss jetzt ganz kurz doch noch was fragen dann kann ich ja eigentlich es geht eigentlich nur darum so hoch wie möglich zu sein ja 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 okay dann mache ich dann auch was anderes oh nein 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 und es fällt oh nein das ist so geil das spiel macht das so was für spaß also da musst du musst nicht wie in tetris eigentlich das richtig setzen richtig ne du musst einfach so nein 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 nicht zusammenfallen nein also ganz sie eigentlich auch weg dann wenn diejenigen die du nicht machst du musst eigentlich auch einfach immer wieder gleichgewicht bauen kann ich dann irgendwie diese spezial schüsse oder so weg schießen was habe ich denn jetzt gemacht was habe ich denn jetzt da ich habe da irgend zum teil von haus okay jetzt kann ich da aufbauen ist ich habe wieder ein echt miserables fundament jetzt habe ich irgendwas gemacht wie es wieder alles zusammengefahren ja da tut mir jetzt leid was ist das denn man ich gebe dir mal ein klavier wieso okay wieso habe ich jetzt ein klavier da ich dachte vielleicht brauchst du ein klavier oh da ist schon die ziellinie jetzt gehen wir voll auf risiko freunde nein nicht zusammenfallen kann ich auch nein was ist denn jetzt wieso fällt der zusammen nein nein wieso bei mir auch ja ich habe dir mal was vorbeigeschickt habe ich gemerkt aber die richtigen teile kommen mensch ja ja das ist bei mir gerade dasselbe was kommt so ein riesen ding wo du kannst komm sei ruhig jetzt oh ich habe gewonnen ich habe gewonnen wieso denn das gibt es doch nicht ich hatte es doch auch ich war vor dir oben das warst du nicht doch du war sekunden das ding halten und das habe ich gemacht eins tun jetzt mal eine blöde frage warum konntest du mir so ein klavier schicken und so hast du nicht ein piano bestellt also ich finde es schon komisch dass du solche dinge machen kannst du dich nicht was war das also also du hast ja so gepunktete linien ja und der erste der drüber geht bekommt so ein extra teil ja und wie kann ich das los schicken mit j und k haben wir aber das ist das was ich umgestellt haben ne okay na klar und das linke ist meistens für dich selbst also du kannst ein teil wieder weg ballern das ist glaube ich der blitz und das muss ich aussuchen oder wie ja du musst einfach j oder k ist es bei mir drücken k ist den gegner ein bisschen foppen und j ist sich selber eigentlich ich hätte das nicht umstellen sollen ne okay wahrscheinlich alles klar ich bin bereit ich bin noch was von bereit Leute jetzt brauche ich eure unterstützung ich brauche eure unterstützung jetzt ich habe jetzt erst das spiel eigentlich so richtig verstanden ich wollte dann immer so wie tetris spielen er hat es jetzt auch noch verstanden jetzt habe ich mir irgendwie wieder ein blitz reingedonnert wieso auch immer mit dem blitz kannst du das zuletzt geleakte wegnehmen ja und wieso wollte kann die wieso habe ich nicht dir irgendwas weggeschossen das ist mit k das wollte ich halt lieber machen aber ja ich weiss jetzt halt nicht was das was ist das so ein bisschen blöd aber ok sauber die steuerung umgestellt wird ja clever gemacht was ist jetzt los jetzt habe ich so einen komischen ich habe dir Brokkoli geschenkt was soll das denn weisst du was dumm ist warum fällt der um ja das verstehe ich halt nicht ja du hattest halt nie Physik in der Schule ach sei ruhig mein Freund die fallen um die stehen ganz normal äh ich kapier's nicht wirklich ich kapier's nicht also ich setze die echt komplett normal rein und die fallen trotzdem um oh Mist na gut die Runde sage ich schon wieder so gut was ist das denn was hast du mir eben da gegeben mit freundlichen grüßen von nebenan ja aber was ist das ich habe keine Ahnung oh 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 und ich bin tschüss ja ich auch ich fang nochmal von vorne ja ich auch oh bei mir fällt es perfekt hin warum fällt jetzt das hin ich das verstehe ich nicht ich muss das irgendwie stützen hier so nein ich nehme das genau weg warum oh geil oh geil jetzt fällt der scheiße wieder zusammen das ist doch nicht alles ernst ich fang nochmal ganz von unten an Mist bei mir fällt die scheiße halt einfach immer wieder um wie fühlt diese Kraftausdrücke ja das ist auch nicht möglich was ist das ja ne ne ist jetzt nicht dein Ernst du hast auch schon Zeugs wo denn das ist das ist neben dein wieso sag ich das auch nein wieso was muss ich denn machen guck mal bei mir drüben es kommt so ein Riechen bei mir kommen die immer so langsam ja weil ich die im Ballon ich will das nicht ach das habe ich mir schon gedacht mach doch das mal weg nein was soll denn der scheiße jetzt wieder guck mal was für riesige Dinger hast du denn da den konnte ich sogar noch verwenden und dann fällt die ganze scheiße wieder einfach zusammen ja ne ich bin wieder ich bin wieder gegangen uns kommt immer das Ziel entgegen weil wir so schlecht sind ne nein was habe ich denn jetzt gemacht hm der muss weg hier oh ne scheiße jetzt habe ich total jetzt gewinne ich total was ja ok warum kriege ich jetzt ein riesiges oh das ist gar nicht schlecht ich habe dir ein riesending das war gar nicht so schlecht nein nicht fallen jetzt nicht fallen please komm schon komm schon den könnte ich noch kriegen das ist doch ein scheiss Spiel na ne aber jetzt ernsthaft das ist doch echt kacke der Sound ist der Hammer nicht der Sound ist geil wie weit bist du denn schon ja guck mal nach links dann schicke ich dir immer was nein nicht Brokkoli senden und es ist nicht dein ernst du bist komplett umgefallen und bist trotzdem vor mir fertig und guck mal das Dach hat perfekten Platz ich verstehe das Spiel nicht bei mir fallen die Dinge um obwohl ich komplett alles sauber drauf setze oh scheisse du 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 komm mach hin du 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 bereit? ich bin sowas von bereit jetzt muss ich schon ne Matchball spiel ich so jetzt machen wir das ich habe eine neue Strategie auf Steam auf Steam ich könnte mir vorstellen dass das das Spiel ist das den Flash auch noch begeistern könnte und dann kommt wieder so eine Scheisse hier das echt ein bisschen äh Mühe mit deinen Wut ausbricht halt deine du weisst schon ne dein Schnäuzchen Sonst schicke ich dir da was vor rüber ne ah Mensch nein nicht den Ballon nicht den das ist halt mühsam ich habe in der letzten Sekunde noch etwas probiert umzustellen das war nicht so clever wie hoch du schon wieder bist das gibt's doch nicht aber jetzt kommen wieder nur so doofe Teile nein nein jetzt kommen genau die richtigen ok der muss weg dann schicke ich dir mal ein liebe Grüße von Booney Con ne du hast meine eingeeist jawohl bedeutet das jetzt ah die rutschen ne die rutschen guck mal ich kann jetzt nicht gucken da rutscht alles runter da rutscht alles runter du ah hm wie sich ja den kannst du schon haben das ist mir egal oh da kommt noch mal ne bei mir rutscht jetzt der ganze warum kommt immer der gleiche ich habe immer nur den gleichen warum denn ja ich hab dich ja vielleicht ach komm warum rutscht das Zeugs denn so kannst du mir keine rutschigen Dinger mehr schicken bitte ich muss mich jetzt konzentrieren hier die Scheisse wird mir doch wieder zusammenfallen du hast der Sound ist so geil ach ja der Sound ist so geil ah das ist so ein jetzt hat das mir einfach alles gebraucht ja aber wie hoch du halt wieder bist jetzt habe ich den Scheiss gemacht du wirst hinfallen hier nein nein jetzt hatte ich ein riesiges Glück ich kann doch nicht den lass ich locker den lass ich daneben aus den komm wieder den kannst du nicht warum fällt jetzt meine Scheiss Türme wieder zusammen nein das ist mir auch gerade passiert das ist mir auch gerade passiert das Spiel ist halt voll für mich geeignet es ist ich meine wie kann da ein riesiger Turm schau mal an ich habe ein riesen Fundament gebaut bei dir fällt nichts oh der steht doch nicht mal mehr ich bin gerade gekippt ich also ganz ehrlich dass das steht wo du da gebaut hast das ist doch nicht normal jetzt aber immer jetzt mal ohne Scheiss das ist doch nicht normal ich bin Statiker vom Büro nein das ist scheisse bei mir sind ich habe drei Stücke hingelegt und die sind ganz normal gebaut gewesen und der fällt trotzdem um ach das ist kacke ganz ehrlich so können wir auch einfach sagen ok du führst mit 10 zu 1 ist ok das ist echt nie echt jetzt das ist echt nervig ich weiß schon was du tun musst wenn ich gewonnen habe falls ich denn gewinnen werde ich überlasse das Wort mal wieder dem Sieger der hier cheatet oder irgendwas ich weiß es nicht tschüss so mag ich nee aber jetzt ohne Scheiss das war wieder mein Gott du bist der schlechteste nein es geht doch nicht um das es geht doch nicht um das erstmal habe ich in der ersten Runde nicht kapiert dass man dem Gegner irgendwelche Scheisse vorbeischicken kann habe ich dir gesagt schickt er mir einfach ein Klavier vorbei ja toll und hast du das Klavier auf dem Feld hast du das Klavier drauf da gewinnst du auch gar nichts mehr da kannst du ja eigentlich kannst du die Augen zumachen und einfach runterdrücken und gewinnst immer noch das war die Szene des Spiels würde ich sagen oh man als ich ihm eine ganze Piano Lieferung vorbeigesendet habe nein echt jetzt ich finde das irgendwie also momentan habe ich aber auch wirklich Pech jetzt mal ernsthaft Battlefield 1 ich meine tut mir leid aber deine Königsdisziplin und du haust mich mit der Shotgun gegen eine Automatik auf diese Distanz weg jetzt kommt die Scheisse hier und ähm mein Turm fällt zusammen obwohl er eigentlich stehen sollte ich kapier's nicht und du weißt du ich will ja nichts sagen wenn du neben mir so ein richtig tolles Fundament aufstellen würdest aber du baust einen Turm auf einem Einer Piece auf so auf einer geraden auf einer Säule also naja ich habe verloren was soll's die nächsten Spiele müssen reinhauen das Spiel macht aber richtig Spass also das macht echt viel Bock nicht? ja ich habe einfach nicht kapiert dass du eigentlich nur eine Linie nach oben ziehen musst und auf den ganzen Rest kacken kannst ja das kannst du auch weil das ja nein kannst du nicht nein nein das kann nur der Rayman da hast du absolut recht das kann natürlich nur der Rayman ich bin nun mal ein Glückskind oh Leute ich bereue jetzt schon Ghouli vs. Man ich bereue sie jetzt schon das sind doch einfach ja wie gesagt Leute ich muss das ganze Logbuch dann nochmal checken ob er dann auch irgendwie gecheatet hat klar nein aber das ist schon langsam ist es ein bisschen frustrierend langsam ist es echt ein bisschen frustrierend also der Ghouli com braucht eure Hilfe Leute Ballert die Like Buttons um ihn wieder so ein bisschen aufzubauen weil das macht so echt ne? es geht schon langsam an die Substanz hier ok ich sag vielen vielen Dank fürs Zuschauen Ballert den Like Button ohne Unterstützung sind wir natürlich angefordert würde mich richtig richtig freuen haut in die Kommentare wie ihr das Spiel findet ob ihr es auch so toll findet wie wir 2 ich betone wie wir 2 auch wenn ich den Dreh noch nicht ganz rausgekriegt habe und der Ghouli com sage ich schon der Rayman da echt ein bisschen Glück gehabt habe in der letzten Runde sage ich vielen vielen Dank fürs Zuschauen hat Spass gemacht Rayman ich überlasse dir die finalen Worte bis beim nächsten Mal tschuuuus ist das nicht einfach schön wie viel steht es denn jetzt eigentlich 6-1 ja ich glaube es ist 6-1 in der Zwischenzeit für den Rayman für meine Wenigkeit gegen den Ghouli eine Frage ging ein wer ist der Jüngere das bin ich das beantwortet wahrscheinlich auch meinen länger anhaltenden Durchhalte jetzt muss ich dich aber unterbrechen das geht ja wohl gar nicht und das sieht man uns ja auch ein bisschen an würde ich sagen also ne normalerweise bleibe ich da ziemlich auf dem Boden aber jetzt gerade 6-1 Führung ich hoffe einfach dass ich die jetzt ins Trockene kriege weil ich habe schon mir so etwas Lustiges ausgedacht was der Goon Icon dann machen muss wenn er denn verlieren wird oder würde das sage ich jetzt natürlich noch nicht es ist ja so dass die Community auch schon im beispielsweise der Daniel hat ja schon gewisse Challenges gebracht also du hast eine aus der Community gewählt oder genau genau also es geht ein bisschen in seine Richtung ja das wird so oh nein oh nein im französischen zu bleiben es bleibt amüsant ja also das Spiel hier macht echt höllenspaß kann ich sagen es gibt noch verschiedene Modi vielleicht können wir ja dann auch mal noch einen anderen Modus ausprobieren vergiss die Scheiße das ist auch so im echten Modus nein das ist echt es macht echt Spass ich muss noch so ein bisschen rausfinden wie das ich habe ich glaube ich habe halt viel zu lange gebaut um da irgendwie ein sicheres Fundament zu haben ich meine wenn ich geschaut wenn ich deinen Turm angeschaut habe am Schluss der stand ja auf einer Säule und ich glaube da habe ich so ein bisschen man muss es halt einfach es geht echt darum das auszumitten dass das halt stabil steht es geht eigentlich nur um das ein Höllenschwein ja ja das war schon ein Höllenschwein aber du kannst auch diese extra Dings musst du ein bisschen ausprobieren ich hatte jetzt immer ziemlich in der Mitte einen der irgendwie so der sah so aus wie so eine wie so eine Ranke die das irgendwie alles dann ein bisschen zusammengehalten hat also die kannst du schon ziemlich gezielt einsetzen ja aber jetzt nochmal bei den Special Moves da wo du den Gegner eigentlich behindern kannst jo da drückst du einfach auf die Taste und dann passiert das das steuerst du ja nicht oder? genau und was meinst du denn? du kannst ja eben den Gegner nerven das habe ich jetzt auf K oder du kannst auch etwas für dich selbst verwenden das habe ich auf J also das ist ich glaube warte mal ich gehe hier kurz zurück achso ok das habe ich natürlich nie gemacht zurück 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 ja ganz ehrlich das können wir auch offline anschauen ne? ja ich habe es hier gerade ok das nennt sich hier die weisse und die schwarze Magie und die weisse glaube ich ist für dich also da habe ich dann eben so eine äh so eine Ranke die alles ein bisschen zusammenhält und so da kannst du dich schon noch ziemlich unterstützen also das ist ziemlich lustig also Leute ich sag es ja nicht gerne aber soll mir einer noch sagen er hat mich gecheatet er hat da Ranken und so weiter eingesetzt also sein Turm steht auf einer Säule ich wei ich möchte jetzt hier nix behaupten oder so nein ganz kleine Frage noch macht dir das Format trotzdem noch Spass auch wenn du keinen Gegner hast hier sondern nur Opfer? weisst du ich habe es vorhin in Battlefield 1 gemerkt wenn du dich zu sicher fühlst dann kommt er auf einmal aus dem nix oh ja und deshalb es macht mir Hölle Spass und äh es wirft mir also auch Zuschauerzahlen rein wie sonst gar nichts deshalb glaube ich also für meine Verhältnisse deshalb glaube ich es macht auch den Leuten Spass und wenn es den Leuten Spass macht dann macht es auch mir Spass das ist okay aber das stimmt ja wirklich es ist ja wirklich so also es macht ja keinen Spass wenn wir hier zu zweit spielen das Format raushauen und keiner schaut zu das wäre ja blöd und das ist schon so also die Community auch wenn sie klein ist aber sie nimmt hier schon ordentlich teil dran auch die Kommentare das ist richtig cool und genau darum geht es ja und man findet dann so lustige Spiele wie Tricky Towers genau und wir wollen ja unsere Community auch ein bisschen einbauen also das macht richtig Spass ok Leute hinterlasst in den Kommentaren wie ihr es gefunden habt ob das Spiel nochmal gespielt werden soll oder nicht ansonsten wie gesagt vielen vielen Dank fürs Zuschauen tschüss und tschau aus der Welt von Goolicon Jo tüdelü meine Freunde tüdelü tüdelü bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal